Mit dem Urlaubsprogramm können Sie Energie sparen, indem Sie in Zeiten der Abwesenheit die Temperatur senken. Drücken Sie kurz die mittlere Taste, um das Programmmenü zu öffnen. Wechseln Sie mithilfe der Pfeiltasten durch die Programme und wählen Sie mit der mittleren Taste das Koffersymbol aus. Geben Sie das Abfahrtsdatum mithilfe der Pfeiltasten an. Drücken Sie zur Bestätigung die mittlere Taste. Geben Sie das Rückkehrdatum mithilfe der Pfeiltasten an. Drücken Sie zur Bestätigung die mittlere Taste. Sie können die Temperatur mithilfe der Pfeiltasten ändern. Standardmäßig sind 17 Grad vorgegeben. Drücken Sie zur Bestätigung die mittlere Taste. Das Häkchen-Symbol blinkt nun. Bestätigen Sie den Zeitraum Ihrer Abwesenheit durch Drücken der mittleren Taste. Im Display wird ein Koffersymbol angezeigt. Das Urlaubsprogramm senkt nun in Ihrer Abwesenheit die Temperatur ab und übernimmt nach Ihrer Rückkehr wieder die normalen Einstellungen.